Action! Gesprochen vom Autor Alex Düsseldorf-Fischer und der deutschen Synchronstimme von Gordon Gekko aus dem Film Wall Street. Wenn ich es wirklich schaffe, in meinem Spiel die Nummer 1 zu sein, dann habe ich meine Umgebung wirklich nahe... Wenn ich es... Wenn ich es wirklich schaffe, in meinem Spiel die Nummer 1 zu sein, dann habe ich meine Umgebung wirklich nachhaltig verändert. Jetzt ärgern mich die Koi hier, die Kackärsche. Viel Spaß beim Zuhören und möge dein Leben so sein, wie du es dir immer gewünscht hast. Nochmal. Viel Spaß beim Lesen und möge dein Leben so sein... Viel Spaß beim Zuhören und möge dein Leben so sein, wie du es dir immer gewünscht hast. Sechstens. Sechstens. Okay. Es gibt ja einiges zu gewinnen, wenn man weiß, was wirklich glücklich... Es gibt ja einiges zu gewinnen, wenn man weiß, was wirklich glücklich sein ist und wie man es erreicht. Lieber Wilfried, hier möchte ich dir ein Brot geben als Ersatz für das Letzte, das so schrecklich schmeckt. Lieber Wilfried. Warum macht Geld alleine nicht wirklich glücklich... Warum macht Geld alleine... Warum macht Geld alleine nicht wirklich glücklich... Warum macht Geld alleine nicht wirklich glücklich... Aber das gibt es doch nicht. Warum macht Geld alleine nicht wirklich glücklich... Warum macht Geld alleine nicht wirklich glücklich... Vielen Dank.